Wer es scharf haben wollte, war am 7. Juli genau richtig im Baumwollpark in Flöhr. Ich bin der Daniel vom Gewerbe- und Festverein Flöhr. Wir veranstalten heute zum vierten Mal das Parkpiknick hier in Flöhr. Wir sind ungefähr so 25 ehrenamtliche Mitglieder, die das ganze Fest auf die Beine stellen. Das ist alles sehr unkommerziell. Das heißt, wir arbeiten alle ehrenamtlich, bieten Essen und Trinken für einen schmalen Parler ein. Der Eintritt ist komplett kostenlos. Das heißt, die Kinder können hier spielen. Wir haben Musik auf der Bühne. Wir hatten die Schidi-Waldmeisterschaft mit dem Stau auf dem Eis. Wir haben Essen zu trinken. Wir haben wunderbares Wetter gehabt. Und es war eine rundherum gute Veranstaltung. Immer am 1. Juli im Jahr, am Sonntag von 12.30 Uhr bis 16.30 Uhr in der Baumwolle in Flöhr. Damit vor allem die Kinder ihren Spaß haben, wurden jede Menge Spielsachen herbeigeschafft. Dadurch, dass wir auch viele Gewerbetreibende in unserem Gewerbeverein haben, haben wir ein gutes Netzwerk. Und somit sind es viele Vereine, wie auch andere Gewerbetreibende oder auch große Eventfirmen, zu denen wir einen guten Kontakt haben. Und die uns da entweder kostenlos oder für einen echt schmalen Parler diese ganzen Sachen zur Verfügung stellen. Weil nur so geht es. Wir sind also ein Verein, ein relativ kleiner Verein, der so etwas Großes auf die Bühne stellt. Und wenn da jeder kommerziellen Hintergrund hätte, würde es gar nicht funktionieren. Auch das andere drumherum hatten die Mitglieder vom Gewerbe- und Festverein organisiert. Damit haben sie jede Menge Erfahrung. Der Gewerbe- und Festverein veranstaltet natürlich nicht bloß dieses Parkpiknik hier. Wir sind auch den lebendigen Adventskalender, der im Dezember immer stattfindet. Oder auch immer am letzten Sonntag im August, das ist der 31., machen wir das Straßenfest auf der Rudolf-Breitscheid-Straße und organisieren da das Straßenfest. Mit jeder Menge Bühnenprogramm. Das fehlte ebenso nicht zur Picknick-Veranstaltung. Scharf war ein Wettbewerb. Es galt Chili-Eis zu vertilgen. Für starke Geschmacksnerven. Es gibt natürlich auch einen Pokal. Die Goldene Chili. Die Goldene Chili. Applaus, Applaus. Die Goldene Chili. Also. Ich verneige mich. Du bist die erste Frau seit 40 Jahren, vor der ich mich... 39 bin ich erst, vor der ich mich verneige. Es gibt ein männliches, starkes Geschlecht, es gibt ein frauliches Geschlecht und es gibt eine Frau im Körper eines Mannes. Oh Gott! The clocks will break down soon. The oceans will dry out. The sun destroys the moon. Vielen Dank.